Also super, wir fangen an. Ich hoffe, ihr geht alle gut. Gratuliere für alle Leute, die heute da haben, um 21 Uhr hier waren. Und da werdet ihr wirklich etwas entdecken, das so toll ist und das euch in Aktion bringt. Wir haben heute zwei Dolmetscher, die Ann-Marie und Sori, auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn Sie Leute haben, die diese Sprache sprechen, können Sie sie ruhig einladen. Sag mir mal in den Chat ein wenig, von wo sie kommt, wer sie eingeladet hat und wenn sie selbstständig sind, in welchem Bereich sie arbeiten. Und ich fange gleich an. Ich muss sagen, der Paul spricht sehr schnell, also ich werde mein Bestes tun. Tut alle die Kameras. Es ist immer sympathisch, wenn wir die Leute sehen. So 20, 25 Minuten, um vorzustellen und dann die Sektion Fragen und Antworten. Macht, dass das Handy gelöscht ist, dass sie konzentriert ist und schreibt eure Fragen direkt auf einen kleinen Zettel. Wir werden am Ende antworten. So, wir fangen an. Ja, hat gefragt, ob man sie. Heute werde ich euch die Gesellschaft Novala vorstellen und Novala wird für euch vieles helfen, Probleme haben und das im Bereich von der Akquise. Und das ist etwas so Tolles für die Selbstständigen, weil wenn man keine Kunden hat, hat man auch kein Geld. Und das ist bei vielen Personen das Problem. Also, ich bin den Paul Walric, ich bin Vater von zwei kleinen Mädchen, vier und zwölf Jahre. Und ich habe so festgestellt, dass die Zeit so schnell vergeht. Und ja, ich bin ein Ex-Angestellter, frustriert und ich arbeitete im Foie Gras, also bei Messen. Und nach zwölf Jahren hatte ich einfach genug von diesem, es gefiel mir nicht mehr. Und ich wollte etwas anderes machen, eine Arbeit, das mir mehr Impakt gibt und wo ich anerkennend bin. Und deshalb bin ich Entrepreneur geworden auf dem Soziallennetz und so kann ich mit den Leuten arbeiten, die wirklich Lust haben. Und also, ich bin selbstständiger seit drei Jahren. Also, eine Zeit war ich angestellt und nebenzu mit dem Network. Und jetzt mache ich das voll, seit drei Jahren. Und ich brauche nur mein Telefon und Internet. Und was meine Leidenschaft ist, oder meine Expertise ist, in der Akquise von Kunden auf den Sozialnetzen. Und das ist etwas, das mir so gefällt, weil ich habe jetzt ein Netzwerk von über 2000 Kunden damit. Und meine Leidenschaft ist die Automatisation und das Marketing digital. Und im Jahr 2024 ist es wirklich wichtig, mit der Technologie weiterzugehen und vorwärtszugehen. Und jetzt werden wir entdecken, wer uns die Möglichkeit gegeben hat, Novalia zu kennenlernen. Das sind diese drei Personen hier. Die erste ist Denzoni, der der CIO und Fonder von Novalia ist. Er hat extrem vieles, also ist Spezialist im Leadership und er arbeitet und hilft, Leute vorwärtszugehen. Er ist Franzose von Cannes. Alle drei sind eigentlich Franzose. Die Strategie und Mindset und sein Objektiv ist, dass die Leute Erfolg haben. Dann ist Sandra Gulen, Vizepräsident Marketing und Co-Fonder. Ihre Spezialität sind die Netzwerke und die Strategien, die dazugehen, um Erfolg zu haben. Jeden Tag studiert sie, wie man macht, was man machen soll, um vorwärtszugehen auf die Netzwerke. Und die dritte Person ist der Garcien Labresse, Vizepräsident vom Verkauf, Co-Fonder. Und er ist ein Mann, der auf der, was er gerne hat, der schnell geht, weil wie schneller man geht, wie besser das geht. Und er ist ein Experte für den Verkauf und ist eine sehr menschliche Person. Und der macht, dass die Leute performieren. Heute, was ist Novalia? Acht Monate, dass es Novalia gibt. Derzeit im Mai ist es gekommen. Wir sind schon in 65 Ländern. Und was man muss haben, um mit Novalia vorwärtszugehen, ist ein Computer und Internet. Und wir sind mehr als 1.500 Benützer. Und wir haben einen Support, das mehrsprachig ist. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man mit Internet macht oder mit Computer, kann es geben, dass Bugs gibt. Und da ist es wichtig, weil wir haben elf Entwickler und wir sind auch hundertprozentig Besitzer von der Plattform. Das heißt, wenn ein Problem ist, können wir das direkt erheben und immer etwas verbessern und mehr bringen mit unseren Leuten, die für uns arbeiten. Deshalb sind es elf Entwickler, die vollständig für uns arbeiten, dass alles immer gut geht. Und wir haben schon für die Affiliate über 160.000 Euro bezahlt in Kommissionen, weil hinterher kann man natürlich auch Affiliate sein und etwas anderes gewinnen. Aber das ist heute aber nicht das Thema. Aber das ist eine andere Vorstellung. Also das ist also schon für die Affiliate. Und unsere Mission ist klar und deutlich, ist die Selbstständigen von der ganzen Welt zu helfen, qualifizierte Prospekte zu finden und Verkäufe zu machen und das jeden Monat zu generieren. Und ja, wenn man anfängt, ist es nicht immer einfach und was sein muss, ist, dass das Zeug einfach ist, um zu duplizieren und Resultate zu haben. Und das ist, was Novalia gemacht hat heute mit diesem Service. Unser globales Objektiv ist, die Nummer eins von der Welt für die Prospektion auf Facebook zu sein. Und Facebook ist eins von den besten Netzwerken dadurch, die Konnektionen, die man machen kann. Es ist einfach etwas Riesiges mit ganz viel Potenzial. Und wenn man weiß, wo die Leute finden, kann man wirklich ein Rieses-Business damit machen. Und das ist, dass man muss wissen, wie man die Kunde findet. Und da werdet ihr sehen, das Rezept ist hier magisch. Und das ist eben, was die meisten Leute nicht gerne haben. Ich habe mit hunderte von Personen gesprochen bei meiner Karriere. Und ich kann sagen, ich habe mit vielen gesprochen, tausende, mit allen anderen durchlaufen ihren Leben. Und deshalb habe ich auch meinen Entschluss genommen, in den Digitalen zu arbeiten. Und das ist, weil die Leute, die meisten, ich kann denen helfen, zu prospektieren. Weil was die Leute das nicht gerne haben, ist, dass es mühsam ist, dass es langweilig ist, dass es mühsam ist. Und es gibt Leute, die natürlich motiviert sind, das macht Wagen. Am Anfang sind sie ganz motiviert und dann geht es wieder runter. Und durch Novalia kommt das eine konstante Aktion, die man jeden Tag macht. Zum Beispiel, ich habe Leute, junge Leute, die ich kenne, die im Marketing angefangen haben. Die wollen direkt ihre Liste kontaktieren, ein Maximum von Leuten. Den ersten Tag werden sie 30 Personen machen mit dem Objektiv von 20 pro Tag. Weil sie wollen Erfolg haben. Am Dienstag werden sie wieder dasselbe machen. 20 wollen sie, Minimum, dann 30. Und am Mittwoch sagen sie, ich bin ein wenig müde, ich mache ein wenig weniger. Aber ist nicht schlimm, ich habe Montag und Dienstag schon mehr gemacht. Dann plötzlich, Donnerstag sind sie krank, machen nichts. Naja, macht nichts. Ich habe Montag und Dienstag etwas gemacht, das wird schon ganz. Und dann geht die Motivation ein wenig hoch, wieder runter, hoch, wieder runter. Und was Novalia macht, ist einfach, was mühsames ist, was langweilig ist, wird es ihn automatisch für uns machen. Und die Resultate werden dann stabil sein. Und das ist eine Automatisation für die Prospektion. Und das macht, dass die Zahlen hochgehen. Also die Prospektion, die automatisch ist, Sie werden sehen, ab jetzt, das ist etwas Irrsinniges, weil ihr macht das in Massen. Und da kommt ihr mehrere Zentren von Nachrichten, werden sie sehen. Jeden Tag kriegt ihr neue Leads. Und werdet mit den Leuten neue Kontakte machen und mit denen sprechen. Also ich werde nicht sagen, dass wenn Sie jemanden heute Abend kontaktieren, dass er in der Stunde antwortet, aber das kommt. Wenn man jeden Tag 10, 20 Personen pro Tag kontaktiert, jeden Tag, dann werdet ihr sehen, das macht einen Kreis und am Ende habt ihr ganz viele Leute. Das ist so wie den Bauern. Und man sieht Hörner und dann gibt es etwas gut. Ich mache einen kleinen Channel Challenge. In 90 Sekunden werde ich euch zeigen, wie ich prospektiere und was ich machen muss, um das zu machen. Mit unserer Plattform. Und Sie werden sehen, das ist etwas Unwahrscheinliches. Und einfach, kleinen Moment, ich komme, ich teile meinen Bildschirm. Jetzt sind wir auf meinem Backoffice und alles ist zentral. Das ist wirklich etwas, das gut ist, dass man alles am selben Platz findet. In meinem Prozess mit meinen Kunden in Gespräch zu kommen, gehe ich auf Connect, dann noch Connect, gehe ich auf die Gruppe, die ich vorher ausgewählt habe, die Nachrichten, die ich schon vorbereitet habe. Dann werde ich sagen, wie viele Nachrichten, die ich senden will, an wie viele Personen. Dann wie viel Zeit zwischen jede Nachricht, dann vom Anfang an. Und das sind kleine Parameter, die ich vorher mache. Kann ich Mann, Frau oder beides. Und dann mache ich einen Klick auf Start und da wird automatisch Novalia losgehen und mich in Verbindung bringen mit diesen Leuten, wo ich meine Prospekte finde. Und wir werden da direkt die Arbeit anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt morgen arbeite, kann ich das, bevor ich weggehe, kann ich meine Plattform starten und prospektieren, währenddem ich frühstücke und dann auf die Arbeit gehe. Und da macht sich alles automatisch. Und das ist etwas Unwahrscheinliches deshalb. Und Sie werden sehen, in einigen Sekunden wird die erste Person kontaktiert werden von Novalia. Da beginnt schon der Prozess. Die Juma wird jetzt kontaktiert und Sie werden sehen, jetzt seht ihr oben das Blaue und das Orange. Das heißt, auf dem zweiten seht ihr, dass ungefähr in 20 Sekunden eine Person kontaktiert wird. Und das ist die erste. In blauen seht ihr, dass es die erste Person vom fünften ist. Und das ist etwas so Starkes, da sieht man immer haargenau, was passiert, weil Novalia schickt zuerst die Freundschaftsanfrage und schickt dann direkt die Nachricht. Und so kommen diese Nachrichten nicht in den Spanzen. Die Leute bekommen und sehen unsere Nachrichten. Und das ist etwas Gutes, weil man sieht sofort, wie es geht. In zwei Sekunden geht es. Jetzt wird es gleich gut sein. Und das wird direkt an meinem zukünftigen Prospekt ankommen. Und ich gehe jetzt auf meinen Messenger schauen, danach der Akkader, das ist dann der Zweite, der kommt. Und so mache ich pro Tag so 40, 50 Anfragen. Und hier sieht man schon auf meinem Messenger, die Juma hat die Nachricht schon bekommen. Eine einfache Nachricht. Ich habe dein Profil in der Gruppe blablabla gesehen und ich habe die Initiative genommen, mit dir heute Abend Kontakt aufzunehmen. Ich werde dir zeigen, wie ich ein Werkzeug gebrauche jeden Tag, um mein Business zu steigern. Wenn du willst, kann ich dir den Link geben, um dass du deinen Platz reservieren kannst für ein Gratis-Vorstellungs-Webinar. Aber sie können natürlich Leute, die selbstständig sind, kontaktieren. Sie können Leute kontaktieren, die Schmerzen haben. Oder wenn jemand einen anderen Beruf macht, kann er die Leute ansprechen in der Gruppe, der er seine Zielkunden finden will. Und sie können Novaya natürlich völlig personalisieren auf eurem Gebrauch. Und so macht man unsere Kontakte mit den Leuten. Das heißt, ich mache eine Nachricht, die ich Sektionen mache und werde diese schicken. Ich muss nicht jedes Mal eine neue Nachricht schicken. Das wird alles vorher organisiert und das wird direkt integriert in Facebook rein. Und das heißt, die Leute, die zum Beispiel kein Novaya haben, die haben diese kleinen Äckchen hier nicht, weil die geben mir die Möglichkeit, diese Leute direkt zu kategorisieren, dass ich nachher ein gutes Follow-up machen kann. Und so weiß ich auf den ersten Blick, wo die Personen sind und wann, dass sie sie wieder kontaktieren muss. Und das ist etwas, das so mächtig ist. Jede Person ist bei mir repertoriiert, hat eine kleine Etikette. Ich sehe, wann diese Person, ob sie die erste, zweite, dritte Woche kontaktiert ist worden, im Februar oder vorher. Ich weiß auf dem ersten Augenblick, wo die Person ist. Und ich kann sie kategorisieren durch die Arbeit, die sie macht oder am Moment, wo sie angesprochen ist. Und ich kann auch Notizen daran nehmen. Das ist, wenn ich hier komme, kann ich direkt über diese Person meine Notizen reintun, dass ich immer voran weiß, genau was ich mit dieser Person gesprochen habe. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich im Immobilien arbeite, dass sie eine Wohnung will von 150 Quadratmetern, dass sie zwei Kinder hat und dass sie eine Wäschküche will. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in den Ferien bin und bin von einer Person kontaktiert, ich habe meine Notizen nicht, hier kann ich mich direkt einloggen und weiß genau, was los ist mit dieser Person. Und da muss ich nicht alles auf kleine Plätze sein und da kann ich wirklich ein echtes, gutes Follow-up machen, das strukturiert ist. Und das ist für die Prospektion, das Follow-up ist eins von den Schlüsseln von dem Erfolg. Und das ist hier so einfach. Man hat nicht mehr kleine Blätter, die man verliert und dass man plötzlich die Kunden verliert. Wir können hier auch Filter gebrauchen zum Beispiel, um zu sehen, welche Leute, dass wir nicht geantwortet haben und so weiter. Und das ist wirklich etwas Praktisches. Also zum Glück haben wir jetzt Novalia, weil Facebook hat das noch nie zuvor gemacht. Und da werden wir so richtig professionell für die Arbeit. Wir haben jetzt das CRM, das ich zeigen will, und das sind meine kleinen Tags, meine Etiketten, wo ich mehrere Aktionen machen kann. Sie haben vorher gesehen, das ist S3 für Februar, dritte Woche. Und hier sehe ich alle Personen, die ich kontaktiert habe seit Montag. Und da kann ich Tage machen, Etappen, um diese Leute zu kategorisieren. Das heißt, dass ich hier, das sind die Personen, die mir noch nicht geantwortet haben. Ich habe ihnen automatisch eine Nachricht geschickt, noch nicht angewiesen. Und diese 16 haben mir geantwortet, aber ich habe mit denen das Gespräch angefangen. Und in der dritte Etappe bin ich ganz nah vom Closing für die erste Person. Und wenn ich zum Beispiel plötzlich sehe, dass ich jemanden vergessen habe, kann ich das hier direkt sehen. Und diese Leute, die nicht geantwortet haben, kann ich direkt wieder kontaktieren. Durch einen Klick habe ich sie alle selektioniert und gehe dann auf Aktion und werde eine Kampagne machen, die ich zuvor vorbereitet habe. Werde auswählen, welche Zeit, dass sie zwischen jeder Nachricht lassen will. Und hole dann die Nachricht, die ich gemacht habe. Und werde mit einem Klick alle diese Personen kontaktieren, um zu sagen zum Beispiel, Ja, hallo, du hast vielleicht meine vorherige Nachricht nicht gesehen. So bin ich wieder ganz oben auf der Liste. Wie geht es dir? Und so werde ich wieder erinnert an diese Person. Und wenn man das zum Beispiel von selber machen muss, manuell, wird das wirklich etwas Mühsames und sehr viel Zeit nimmt. Und wenn ich jetzt auf das Facebook gehe, kann ich direkt auf das Messenger von der Person gehen oder auf den Profil. Und hier kann ich natürlich auch die Notizen nehmen, direkt über die Person. Und das ist etwas extrem einfach zu verbrauchen und sehr mächtig. Und das glaubt mir, wenn ihr Erfolg haben wollt, ist das wichtig, das ein gutes Follower zu machen. Viele Leute machen den Anfang, die erste Phase vom Closing und da geht es nicht zum Ende. Und da vergisst ihr diese Person und die bekommt niemals mehr Nachricht von euch und ihr habt jemanden verloren. Und da geht man so bis zum Ende mit dem Follower. Jetzt, ich spreche noch schnell von den Geburtstage, die Geburtstage zu spät. Am Anfang zieht mich das gar nicht an, aber ich habe jetzt gesehen, wie sackstark das ist. Ich werde euch ein kleines Zeigen, was man alles damit machen kann. Wir werden mit allen Leuten, die auf unserem Facebook sind, wieder Kontakt aufnehmen mit dem. Und das heißt, wir werden mit denen wieder ins Gespräch kommen. Und diese Masse, wenn man da mit den Leuten wieder in Kontakt kommt, kann man wieder ein wenig sortieren, mit wem, dass man bleiben will oder nicht. Und das, was ist super, ist, dass das Geburtstag einmal im Jahr da ist. Und das ist etwas so Mächtiges, weil es ist natürlich, den Leuten einen schönes Geburtstag zu schicken. Aber natürlicherweise machen die meisten Leute das demselben Tag. Und da bekommt die Person vielleicht 20, 30, 50 Nachrichten und dann vergisst ihr euch. Aber wenn ich das hier mache, was sackstark ist, ich werde diese Geburtstage immer einen Tag oder zwei Tage danach schicken und da wird die Person mir antworten, weil ich werde sagen, ja, hallo, du, ich habe völlig vergessen, dass du deinen Geburtstag hast und so kann ich mit den Leuten wieder in Kontakt kommen. Und da werdet ihr sehen, wenn man den Leuten so nahe kommt, werden wir automatisch mit den Leuten in Kontakt kommen und ins Gespräch. Man muss dann nicht hoch gelernt zu haben, um wieder Kontakt mit den Leuten aufzunehmen. Das ist etwas, das ich dann natürlich mache. Weil ich war früher auch nicht ein großer Spezialist von den sozialen Netzwerken. Aber warum werde ich, wenn mir jetzt jemand einen guten Geburtstag schickt, antworten, ist, weil ich eine schöne Nachricht dazu mache. Und mein Ziel ist, dass ich nicht wie die anderen machen, dass sie etwas Spezielles machen, weil ich viel Erfolg haben will. Und ich arbeite ganz gut in meinen Nachrichten und deswegen tue ich zwei Tage später schicken zum Beispiel, da sagt er zum Beispiel, ich habe so viel Arbeit mit meiner neuen Gesellschaft, ich habe gar keine Zeit gehabt und deshalb habe ich deinen Geburtstag vergessen. Also mit Verspätung, alles Gute und so kannst du wieder neue Kontakte machen und die Leute neugierig machen. Und jetzt habe ich euch gesagt, dass wir die Nachrichten automatisch schicken, ist, weil wir, Novaya macht rotative, drehende Nachrichten und das macht, das macht es besser als die Menschen und es ist wichtig, dass ihr die Nachrichten selber schreibt, weil ihr seid die beste Person, um von euren Produkten zu sprechen, weil ihr die Spezialisten davon seid. Und wenn sie ein wenig studieren, wirklich studieren, dass sie eine gute Botschaft machen, eine gute Nachricht, was ihre Offerte ist, was eure Kunden braucht, wenn ihr das ein wenig arbeitet am Anfang, dann werdet ihr wirklich Erfolg haben. Und für das werden wir unsere Botschaften machen, Nachrichten machen, die nie dasselbe sind. Und hier habe ich meine Nachrichten für den 28. gemacht. Also im ersten Varianten ist es Hallo und First Name, weil das direkt den Vornamen von der Person von alleine tut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin der Paul. Und hier heißt es dasselbe, aber anders geschrieben. Immer Hallo, vorher war es Salut. Wie geht es dir? Ich bin Paul, aber anders geschrieben. Einfach, das macht das Novaya, die dann zusammen mischt. Also die erste, dann kommt der zweite Teil von der Nachricht. Ich bin so begeistert, dich hier an etwas Speziales zu einladen. Wir sind auf dem, wir werden bald etwas Neues machen und bla bla bla. Und hier immer dasselbe. Es heißt dasselbe, aber anders geschrieben. Und Novaya wird dann die erste Sektion nehmen, die zweite Sektion, die dritte und die vierte und wird das mischen, aber immer in der guten, wie es soll. Und das kann machen, dass mit einer Botschaft könnt ihr 50 Mal etwas Verschiedenes verschicken und das macht nicht einen kopiert und einfügen. Und wenn ihr das von Hand alles selber machen müsst, dann verliert ihr ganz, ganz viel Zahl. Und wenn wir die Nachrichten versenden, macht Novaya immer eine Pause zwischendurch. Das ist besser als die Menschen, weil so werden wir nicht blockiert von Facebook, dass wir Spam machen. Also man kann natürlich nicht, das ist, man muss es gut machen, wenn man auf dem sozialen Netzwerk arbeiten will. Und diese rotative Nachrichten sind etwas Gutes. Schreibt mir mal, für den ersten Satz seid ihr einverstanden, dass ich weniger als 90 Sekunden gemacht habe, um die Leute zu kontaktieren. Jetzt werden wir von etwas sehr Wichtiges sprechen. Das ist etwas, das extrem mühsam ist, weil immer dasselbe ist, langweilig ist für die meisten Leute, um Engagement von den Leuten zu generieren, dass diese Leute kommen, schauen und sehen, was wir machen und mit uns Interaktionen machen. Und das ist eins, alle sagen, das ist etwas, das so mühsam ist. Und das ist etwas so Wichtiges und das wirklich zahlt, wenn man dieses Engagement kreiert. Und das ist, wenn man mit den Leuten Kommentare macht unter ihren Nachrichten auf Facebook. Weil das nimmt sehr, sehr viel Zeit. Man muss analysieren den Post, den die Person gemacht hat und danach, dass die Leute sehen, dass wir da waren und etwas geschrieben haben unten. Und das nimmt Zeit. Wenn wir einen ganz schönen Post machen wollen, dass von uns kommt, mit Herz und alles, nimmt das Zeit. Also ein, zwei Kommentare, das geht. Aber wenn man 30, 40, 50 machen will, wird es komplizierter. Und noch erst, wenn man will, dass es gut ist. Und heute, der neue Service von Nova AI ist geboostet durch die künstliche Intelligenz, hundertprozentig automatisiert. Und wir sind die Einzigen auf der Welt, die das haben. Hundertprozentig automatisch. Das Objektiv ist, dass wir mehr Engagement haben mit den Leuten, dass wir Resultate, direkte Resultate bekommen. Und ja, so können die Leute, da hat man kein leeres Versprechen. Da habt ihr wirklich Resultate, die sofortige Resultate haben. Und hinterher werdet ihr sehen, was passieren wird, dass ihr dann mehr Verkäufe habt. Und das ist etwas Mächtiges. Neue Opportunitäten kreieren und viel Zeit gewinnen. Das wird zum Beispiel ein Community-Manager ergänzen. Und so könnt ihr auch viel mehr Zeit für euch haben, für die Familie oder etwas anderes zu machen. Ich kann zum Beispiel mit meinen Kindern mehr spielen. Sie haben mir gefragt, dass ich mehr Zeit für sie habe. Und das ist eine herrliche Zeit, dass ich mehr mit meiner Familie verbringen kann. Und so ein Community-Manager ist eine Person, dass man bezahlt, dass die für uns unsere Sozialnetzwerke arbeiten und kommentieren und die Posts machen. Was es heute schon gibt, ist, Sie können auf einen Post gehen, auf Facebook, dann werden Sie auf den Post klicken, dass Sie alles lesen können. Dann werden Sie den Text selektionieren, kopieren. Dann gehen Sie zum Beispiel auf Chat-GPT. Also das heißt von Facebook auf eine KI. Dann werdet ihr den Text einkleben. Dann werdet ihr noch sagen, der künstliche Intelligenz, wie die Antwort, was ihr wollt. Und dann wird die KI das Kommentar machen. Und das ist schon genial, aber es ist noch nicht alles. Weil dann müsst ihr noch das Kommentar wieder kopieren, dann wieder auf Facebook zurückgehen, wieder einfügen in Facebook und dann das Kommentar schicken. Völf Etappen, um das zu machen. Und dass wir wirklich Performance haben, dass es automatisch ist. Der Zweck eigentlich ist, dass die KI etwas Einfaches ist und dass es uns das Leben erleichtert und nicht das Gegenteil. Weil wenn es ist, um schlimmer zu sein als vorher, dann nützt es nicht, künstliche Intelligenz zu haben. Also ich komme wieder hier auf meine Plattform, um euch eine Live-Devo zu machen von unserer KI. Kommt gleich. Sagt mal in die Chat sogar die Deutschen. Schreibt doch mal, dass sie sehen, dass sie da sind. Also jetzt, das ist mein Profil. Und Sie sehen, dass der Knopf Comment is normal. Ja, ja. Und da kann man direkt von den sozialen Netzwerken die Kommentare machen. Und da muss man nicht 15 Mal klicken. Da lest man unsere Parameter aus, klickt auf Launch und da wird Novaya direkt automatisch das Kommentar machen. Und es wird da so das Kommentar lesen gehen. Ich kann hier zum sagen, ob ich es engagierend oder positiv oder konstruktiv ist, den Ton, ob es freundlich, nicht deskriptiv, konversationell. Das könnt ihr selber alles auswählen, das ihr wollt. Und hier seht ihr, das Kommentar ist da. Ah, super Karnaval. Das ist wirklich etwas gut. Man isst auch ganz gute Galette. Hab viel Spaß damit. Und wenn ich jetzt oben schaue, was da geschrieben ist, es stimmt 100% drauf an. Und das wäre ein Kommentar, das ich selbst nicht daran gedacht hätte, zu schreiben. Und noch erst nicht für Leute, die zum Beispiel kleine Beignets machen. Seht ihr, wie das einfach ist? Einfach so klicken und es geht los. Und das ist halb automatisch gewesen, aber das 100% automatisch, das kann man hier zum Beispiel direkt sagen, ich will, da wird man sagen, ich will drei Nachrichten, wie viele Sekunden zwischen allen Nachrichten, dann die Parameter. Ich kann bis 10, 15, 20 tun oder bis 50 Maximum. Ich kann das zum Beispiel auf Gruppen loslassen, überall. Und das Intervall auswählen zwischen beiden Nachrichten und da selbe Parameter als vorher. Und da klicke ich auf Launch mit einem Klick. Dann wird jetzt Novalia direkt starten und alle Leute kommentieren. Und das sind nur wir, die das auf dem Markt haben aktuell. Schreibt mir mal auf dem Chat, ob ihr hier auch genug habt, so viel Zeit zu kommentieren und Zeit zu verlieren, um zu kommentieren. Also, sagt mal in den Chat. Also, unser Unterschied ist, da müsst ihr nicht von einem Fenster zum anderen gehen und keine Kopie und Einfügen machen, nur zwei Klicklängen. Und man kann natürlich auch immer den Text kontrollieren, ob wir einverstanden sind, und da wird es automatisch fortgehen. Wie viel kostet das? Sie können also Novalia ab 47 Euro haben pro Monat mit all dem, was sie gesehen haben. Das heißt, das Nova Connect, das Nova Burst, das CRM, das Nova Data, das ist auch noch für das Facebook zu reinigen und die KI. Und das ist etwas schon super, um alle Leute zu kontaktieren mit dem Birthday und wieder das CRM, wo ihr das Follower machen könnt, die Leute kategorisieren könnt. Das Nova Data, das habe ich nicht gesprochen, aber das wird eures Facebook analysieren, ist automatisch und alles, was nicht gut ist oder die Leute, die inaktiv sind, können sie dann automatisch rausnehmen. Und wenn man das manuell macht auf Facebook, ist es wirklich etwas Unangenehmes und Langweiliges. Und die KI zum Antworten. Und das ist der Starter, das ist der Beginn, das ist, wenn sie zum Beispiel ihr Business nur ein wenig startet und da können sie zum Beispiel schon mit diesem anfangen. 20% automatisierte Prospektion pro Tag mit drei Tags CRM, mit zehn Etappen CRM, also die Stage zwischen 20 CRM und fünf Kommentare mit der KI. Dann kommt man auf die Offerte pro für 87 pro Monat. Ja, das ist schon, wenn sie eures Business wirklich wahrnehmen, wirklich um weiterzugehen. Und da könnt ihr schon ein gutes Follow-up machen mit für 87 Euro pro Monat, für 50 Prospektionen automatisch pro Tag, zehn Tags, 50 Etappen mit dem CRM, 50 mit CRM-Nachrichten, die Kampagnen und 20 KI-Kommentare. Und das Unbegrenzte, und das ist wirklich für die Leute, die jetzt ihres Business explodieren wollen, da könnt ihr wirklich, da wisst ihr schon, dass ihr auf andere Stufe gehen wollt, um zu arbeiten. Und da werden sie viel mehr mit diesem. Und da hat man alles unbegrenzt. Und für die KI sind das 50 Kommentare pro Tag. Aktuell, für die, die das jährliche nehmen, da habt ihr schon 30 Prozent direkt Rabatt auf alles, was jährlich ist. Und da habt ihr wirklich etwas, das sich aufbaut und ich werde immer mächtiger werden damit. Und das ist also direkt für das jährliche. Das heißt, da habt ihr das jährliche für 394 Euro, dann für 734 oder für 1234. Aber jetzt haben wir eine Spezialofferte. Das ist wirklich, weil wir die KI gestartet haben, diesen Framework, das ist etwas, das einmalig ist, die auch nicht noch lange dauern wird. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein neues Werkzeug haben, haben wir Offerte. Und da, die ist wirklich immer noch in der Zeit begrenzt. und wir haben Leute gehabt, die die Offerte, die letzte nicht genommen haben und sie wollten die danach haben, dann war es dann zu spät. Und da könnt ihr statt 97 Euro für das unlimitete, unbegrenzte, statt 147 habt ihr das für 97 Euro, dann spart ihr 50 Euro pro Monat. das heißt, für 10 Euro mehr statt dem Brot, das lohnt sich wirklich und da seid ihr unbegrenzt und das lebenslang. Und dafür das jährliche, dasselbe, statt 1764 Euro habt ihr das für 897 Euro, das heißt, dass ihr 867 Euro spart. und das lebenslang. Und ich habe mit dem, ich habe den Game geklopft mit diesem Business, ich bin so zufrieden, ich habe wirklich Spaß an meinem Business, seit ich Novalia habe. Und da muss man wirklich Massenprospektion machen, dass man groß wird. 867 Euro sparen, das ist etwas Unwahrscheinliches. Und hier den letzten Punkt, das ich mit euch noch sehen werde, ich werde, und das ist, wie man startet und das ist für mich etwas so wichtig, weil es gibt so viele Leute, die etwas anfangen und da sind sie nicht begleitet und können nicht weitergehen. Unser Zweck ist, dass die Leute, sobald das sie anfangen, in einer Stunde mit unseren Experten direkt eures Business starten können, da nimmt ihr Rendezvous eine Stunde mit unseren Experten, um direkt zu starten können mit Novalia. Und da, sobald das gemacht ist, könnt ihr direkt starten. Und das ist nicht ich, dass ich es ist, TripAdvisor hat, wir sind, haben Noten, wir haben über 520 Leute, die reingeschrieben haben, wir haben eine Note von 4,9 auf 5, das ist wirklich etwas super, das bin ich nicht, dass ich das sage, aber TripAdvisor auch. Und hier seht ihr einige Leute, was sie gesagt haben über Novalia, Postpilot heißt es eigentlich, einfache Erklärung, einfach zu benutzen, gutes Akkompagnement und man kann sofort gebrauchen, man verliert keine Zeit, einfach zu gebrauchen und so weiter und so weiter. Ihr könnt das auf selber TrustAdvisor schauen. Ich hoffe, diese Vorstellung hat euch gefallen. Ich nehme jetzt die Zeit zu nehmen, die Antworten zu machen, sonst geht zu der Person, die euch eingeladen hat, zurück und fragt sie, wie man macht. Sie kann euch dann sagen, wie sie starten können, wenn sie da Lust haben oder sie kann euch auch alle Fragen beantworten. Ich hoffe, dass sie, die hier auf dem Zoom sind, dass sie ein Business haben, dass sie wirklich in 2024 fördern wollen und wirklich volle Pule gehen wollen. Und da habt ihr wirklich das beste Werkzeug, um das zu gelingen. Ich komme jetzt wieder zu euch. Wenn Sie Fragen haben, könnt ihr direkt reinschreiben. Er hat eben so gesehen, dass da deutschsprachende Leute sind. Also vielen Dank Stefanie für dass du direkt startest. Du gehst direkt in Aktion und nicht jede Person ist fähig, das zu machen, aber du wirst sehen, du wirst Erfolg haben. Also Québec ist auch da, Anfänger in Business, okay, willkommen Schimed, Postum Relation A, okay. Ja, das Geld ist im Follower. Wenn Fragen sind, Patrick, und so könnt ihr sie ruhig einschreiben, ich werde dann antworten. Challenge geschafft, sehr spannend, danke. Merci. Danke, dass ihr heute Abend um 21 Uhr hier wart. Patrick, möchtest du, dass wir zusammen sprechen danach? Hast du Fragen oder willst du einen anderen Termin machen? Er sagt immer, er spricht so schnell, er hat heute Abend noch schneller gesprochen als sonst. und er ist immer so auf Trag, weil er das gerne hat. Keine Frage, sehr spannend, vielen Dank, okay. Wenn du willst, können wir ein kleines Telefonat haben, wenn du das möchtest, kannst du den Daumen hoch tun, dass ich das sehen kann und möchtest du mehr darüber wissen, Daumen hoch, wenn es gut ist, weil ihr seid heute Abend die Einzigen, die zwei, die deutsch sprechen, sind ihr gehören, gerne morgen früh, okay, super, ist perfekt. Und jetzt ist er losgefahren, wenn zum Beispiel Leute haben, die von der Schweiz sind und so, er spricht von den Schweizer. Wenn ich jetzt mit Leuten nicht will, die von Schweiz kommen oder anderswo, kann ich zum Beispiel, wenn ich die Leute anfrage, kann ich auswählen, mit welchen Leuten oder Länder, dass ich arbeiten will. Das kann man und das zum Beispiel von alleine zu machen, manuell ist schwierig zu sortieren. Also, ich habe jetzt verstanden. Er versteht nicht, weil er hat ebenso auf Deutsch gelesen und nichts verstanden. Vielen Dank. Also, ich lese alles, wenn Leute Privatnachrichten geschickt haben, ich lese alles jetzt. Jetzt sagt sie, dass man mit den Schweizer nicht böse sein kann. also, wir haben keine Fragen. Ich bedanke mich noch für diesen Abend. Vielen Dank euch beide, dass sie da gewesen sind. Das ist super. Und es ist etwas Einfaches, dass wirklich alle Leute, die selbstständig sind, Entrepreneur sind, wirklich Start zu geben. Geht zur Person zurück, die euch eingeladet hat und schöner Abend. Abend.